Ich engagiere mich für Schweizerische Rote Kreuz, weil es dort viele spannende Projekte gibt, die man selber mitentwickeln und dann auch mitleiten und evaluieren kann. Die Projekte machen vor allem viel Spass, weil man dort mithelfen kann. Einerseits, weil man mit anderen freiwilligen Kontakte haben kann, aber andererseits auch, weil man etwas von den Leuten zurückbekommt, die man helfen kann. Und dann merkt man, sie haben Spass daran und das gibt einem etwas Konkretes zurück. Ein Resultat, das man sieht, gibt es einem zurück. Man sieht, man hat etwas erreicht, man hat jemandem Freude gemacht und das macht einem selber auch Freude oder man geht befriedigt nach Hause.